Ist dein Zuhause bereit für eine Wärmepumpe? Mach den Wärmepumpen-Check! An einem kalten Wintertag die Vorlauftemperatur an der bestehenden Heizung auf 50 Grad begrenzen. Dann die Heizkörper im Haus voll aufdrehen. Wenn es im Lauf des Tages im Haus angenehm warm bleibt bzw. wird, kann die Heizung meistens ohne großen Aufwand gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht werden. Wird es nicht warm genug, sind eventuell weitere Maßnahmen wie Dämmung oder ein Heizkörpertausch notwendig, um eine Wärmepumpe effizient zu betreiben. Übrigens, vom Start gibt es beim Austausch einer alten Heizung gegen eine moderne Wärmepumpe aktuell bis zu 50% Zuschuss. Die Zeit der Fossilen ist längst vorbei. Wärmepumpen geschaffen für ein besseres Klima. Alpha InnoTech – The Better Way to Heat Jetzt informieren unter alpha-inno-tech.de